Hi und auch heute lege ich für dich die Karten. Ja, für die Liebe, für die Seelenpartnerschaft. Ich hoffe du hast gut den Portal da gestern überstanden. Ja, was sehe ich denn hier das Haus? Das ist doch schon mal gut, denn das symbolisiert hier für mich wirklich die Stabilität, die Basis, das Ankommen. Das ist wirklich wunder, wunder, wunderbar und wir schauen jetzt auch was die Karten um dich herum oder um euch herum sagen. Also es geht um die Basis, es geht um Ankommen. So, dein Herzensmensch, dein Seelenpartner, im Gedanken hat er den Turm, also das heißt im Lenormon, dass es Potenzial hat. Wir legen erst die Karten aus und schauen einfach was dir gesagt wird. Ich hoffe der Portal habt ihr gut überstanden, denn das war auch wirklich von den Energien her wahnsinnsheftig, also unglaublich. Ja, so, jetzt schauen wir weiter. Also die Karten sind aus dem Gea Verlag, also sie sind auch schön bunt und groß, also alles was bunt ist mag ich sehr gerne und schau einfach hier vorbei. Und auch die Videobeschreibung schaust dir an, da sind die Karten alle verlinkt und nicht nur das, sondern du findest auch meine Webseite, mein Shop, mein, ja alles was du brauchst, also um Kontakt mit mir aufzunehmen, falls du ein Thema hast. Es geht hier um die Sehnsucht, ja, das Schiff steht immer für die Sehnsucht, also es geht um Bewegung, dass etwas in Bewegung kommt und jetzt dieser Portal hat natürlich auch einiges ins Rollen gebracht. Denn ich sehe hier die Stabilität, ja, so möchte ich auch gerne ankommen. Ja, und auf der Gedankenebene, wie ich das sehe, ja, schau mal hier. Er wird auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, da macht er sich Gedanken darüber, er spielt mit den Gedanken, eine Entscheidung zu treffen und dir ein Geständnis mit Glück zu offenbaren. Denn, also es ist die Intuition da, also intuitiv weiß er das, er soll sich entscheiden, der Neuanfang ist da, also er befindet sich noch in Transformation, auch im Gedanken, wenn er weiß, dass es so schwierig sein könnte, hat aber das ganze Potenzial. So sieht ihr das Ganze, das Ganze hat schon Potenzial mit euch. Auf der Herzebene, was sehe ich auf der Herzebene? Also ich sehe hier, also auf jeden Fall dieses Katz-und-Maus-Spiel, also mag der nicht mehr, also das ist also Wahnsinn, der sagt, ja, was soll das, ja? Es geht auch um Streit, es geht auch um Ärger, also es ärgert ihm selber, diese innere Zerrissenheit. Und also er verbindet sich auf der Herzebene, ich habe das Gefühl, mit den Engeln und also es geht auch darum, also wirklich den Schlüssel zu finden, also den Zugang zu sich selbst zu finden und natürlich auch, der hat auch hier eine Gedanke, wo er sich darüber Gedanken macht, ja, dass er, also auf jeden Fall dir schreibt, dir schreibt, so ein tiefes inneres Wissen hat er in sich. Denn wenn er das nicht macht, ja, wenn er dir das jetzt nicht offenbart, wenn er dir das nicht niederschreibt, was er denkt, was er fühlt, was ihn bewegt, ja, das macht ihn richtig krank. Also ich sehe hier schon, also die Karte der Krankheit, das symbolisiert auch wirklich immer, ja, dass es ihm nicht gut dabei geht, ja. Ja, ja, und wie soll das denn auch weitergehen? Ich sehe schon hier, also auch, ja, das Erreichen des höchsten Niveaus, also der kommt schon auf dich zu, also schon mit einem hohen Niveau. Also mach dir da keine Gedanken, also ich sehe das hier schon, also wie gesagt auch sehr, sehr positiv. Und, ja, ich sehe das hier schon, dass er auch so eine künstlerische Leichtigkeit auch hat, also es hat schon vieles in der Heilung gebracht, er ist sehr in seine Kraft gekommen. Und das hat auch nicht nur mit ihm selber zu tun, sondern auch mit dir, mit deiner Ausstrahlung. Und, also du hast ihn auch inspiriert, motiviert, also er hat auch immer an eure Liebe geglaubt, also hier ist der Anker. Und auf jeden Fall geht es darum, also dieses Harmonie und diese Zufriedenheit auch zu entlangen, also das möchte er ja auch, ja. Und, also ich habe das Gefühl, dass er wirklich sein Geständnis hier für dich auch wirklich bringt, dass es so sein größter Wunsch ist. Aber, also ich will nochmal eine Klärungskarte hier darauf springen lassen, sein Geständnis, wie würde denn sein Geständnis sein? Oh, schau dir das doch an und das ist, ist das nicht merkwürdig, schau mal. Oder einzigartig, da bleibt wieder die unterste Karte, das Haus und hier fallen mir die Karten so raus, ja. Das ist doch unglaublich, also das, das Haus bleibt, ja. Ja, also das Geständnis, wir fangen an. Es geht wirklich, dass er etwas offiziell auch mit dir bespricht, ja, sein Bekenntnis, dass er öffentlich auf dich zukommt, also er, also in erster Linie, ja. Es geht auch darum, dass er dir vielleicht auch erklärt, es war damals der falsche Zeitpunkt eurer Begegnung, ja. Und, ja, er würde das also schon sehr diplomatisch rüberbringen, ja. Also er ist hier schon auf der höheren, leichten, künstlerischen Ebene, von einem höheren Niveau. Also er würde jetzt keine Vorwürfe machen oder irgendwas, er würde dir das so beibringen. Und auf jeden Fall hat es auch wirklich mit der Liebe und Vertrauen zu tun. Also er würde dich wieder um dein Vertrauen bitten, auf jeden Fall. Und er würde dich auch um einen Neuanfang bitten. Und, also er weiß, also ist die Weisheit, also ist, er weiß auch, dass du lange gewartet hast, dass das auch wirklich heilen musste. Er weiß auch, dass er dich verletzt hat. Aber er würde dir also auf jeden Fall eine Freundschaft anbieten, aber auch eine Treue anbieten, mit Sicherheit. Und, also ich sehe hier, dass es also schon ein Hinrichtungsurteil ist jetzt für mich, ja, das steht schon fest, das ist Fakt, ja. Das ist wirklich Fakt. Und, ja, es geht auch darum, dass man hier die Fülle miteinander lebt. Und das kommt in Nachricht auch ganz schnell, wo du auch vielleicht nicht mit gerechnet hast. Also ich sehe hier die Wunscherfüllung seinerseits auch. Also er möchte auch keine Zeit mehr weiter verlieren. Und natürlich auch, der wartet jetzt schon wirklich mehrere Monate da drauf. Und, ja, der hat ja auch diese tiefe Gefühle für dich. Und jetzt möchte er dieses Glück mit der Hilfe der Spiritualität auch mit dir leben. Wenn du ihm auch noch so ein bisschen unterstützen möchtest und möchtest, also diese persönliche Entwicklung, dass es auch mit euch weitergeht, dann melde dich gerne bei mir zu einem kostenlosen Vorgespräch an. Ich begleite dich im Coaching, damit es mit euch beiden was wirklich werden kann. Ich sage danke, bis bald.